So, hallo und willkommen. Wir haben heute den 9. Juni, es ist 18 Uhr. Wir sind hier in Wuppertal am Zoostadion und wir wollen hier heute die Megakirmes mal anschauen. Es drückt uns mal die Daumen, dass wir hier auf den Platz drauf kommen. Also hier außerhalb des Platzes sind schon mal Fahrgeschäfte. Wir gehen mal hier rüber. Schaut mal hier. Hier ist übrigens auch die Schwebebahnstation zum Stadion. Hier kann man dann hinfahren, um zur Kirmes zu gelangen. Ja, es läuft auch. Oha. Hier ist es offen. Oha. Die Schwebebahn. Bitteschön. Schau mal hier vorbei. Schau mal hier vorbei. Ach, den kennen wir doch hier, den Herrn dort oben. Er ist immer dabei. Cool. Hallo. So. Martin, jetzt drückt uns mal die Daumen, dass das hier gut wird, wenn wir uns das hier anschauen. Schaut euch mal das hier an. Na, der geht da oben drauf von euch. Oha. Oha. Na, hier drunter wird garantiert das Kinderkarussell sein. Ah, ein kleiner Beckenflieger ist auch dabei. Wie ich sehe, die Aufbauarbeiten sind in vollem Gange. Das ist immer spannend, das zu sehen. Marker aus dem сделать der MiIN-Gmasse. Oha. Als direkt bei gerade mit filmmakerFO dépl samoht. Wird Continuel? Boas von persever. Wird trze már. Oha. Just noch mal. Oha. So, und das hier ist das Apollo 13. Oha, das geht ja richtig weit nach oben. Mal schauen. Warte, das ist ja mal interessant hier. Jetzt steht ihr wieder da, wo ihr sonst auch mal stand. Warte, schaut euch das mal an hier. Ah, hier ist ja richtig was los. Hier wird ja richtig was geboten, wie ich sehe. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstanden habt, eben hier bei dem Lärm. Kurz mal ein kleiner... Ja, hier ist die Wuppe. Und hier ist auch die Schwebebahnstation zum Stadion. Mal schauen, ob mir jetzt hier etwas gelingt. Mal ausprobieren. Ah, schön. Mal ausprobieren. Ah, hier gibt es lecker Grötis. Hier zwischen, das ist das Stadion hier vom Portal der SV. Das ist das Stadion. Da haben wir die Fluchtlichtanlage noch. Und hier die Schwebebahn. Und hier die Schwebebahn. Ja, wenn es dann heißt wird am Wochenende, ist hier natürlich die Eiszeit. Und noch eine Schwebebahn. So, schauen wir mal weiter hier, ja für die Kleinen gibt es hier Fantastia, oh hier Ghost, hier sind die Geister, das ist cool, das Ding, müsste mal drauf gehen. Das ist krass, die Geister, die ich rief, das ist echt interessant hier. Aber ich muss ja sagen, sieht gut aus hier, toll. Endlich wieder ein Megakirmes hier in Wuppertal, prima, ich bin begeistert. Abenteuer Entenangeln. Leute, das ist ja hier der Flashback, Abenteuer Entenangeln. Der absolute Flashback, ja. Wie krass ist das? Ja. 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 Hier gibt es den Autoscooter. Hier wird gerade ausgebaut. Ah, was ist denn da hinten noch? Schauen wir mal. Ja. Ja. Was ist denn das für ein Teil? Hurricane Action Ride. Schön. Gibt ja spannend aus, das Ding. Das Teil kenne ich noch nicht, da bin ich noch nicht mitgefahren. Das habe ich hier noch nicht gesehen, das ist neu hier, da bin ich mal gespannt. Sieht ja echt spannend aus, das Ding hier. Und hier die Autoscooter. Ja. Da wird ja einiges geboten, würde ich mal sagen. Also dann würde ich sagen, setzt ihr euch im Zug rein. Ab morgen geht es los, ab Freitag. Wir haben es heute Donnerstag, wo ich hier den Film drehe. Freitag geht es los und es geht bis Sonntag? Montag. Es ist Montag und ja, es ist genügend Zeit, hier mal wieder richtige Kirmesflair hier am Zugstadion mitzumachen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, so hoch ist das dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da hat man schon mal eine Preisvorstellung hier. So, an der Stelle verabschiede ich mich dann von euch. Das war's dann hier in diesem Uroch über die Portale der Megakirmes, die von Freitag bis Montag stattfindet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video wie immer eine positive Bewertung. Lasst einen Daumen da und lasst auch ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.